50 runden tot und verdämmen ... ... ... ... ... data logging enabled heute krieg ich grad so in einem fenster rein Ja, aber es sind zehn Plätze dazwischen. Sorry, war aber nur eine halbe Sekunde wegzurufen, also so scheiße war es eigentlich gar nicht. Nee, eine halbe Sekunde ist ja schon so ein ganz Sekret geführt. Richtig. Wie in der GT Masters? Ist so, ich dachte, ich würde die Formel fahren. Kann du die Master? Wird das alles noch besser sein? Ja, heute war Rennen, aber hat mich absolut nicht interessiert. Ich habe voll verfallen. Seitdem die Serie nicht mal auf YouTube kommt, ist die Serie fast schon egal. Ja, die kommt ja auf der offiziellen Seite, aber da ist auch gestern der Stream abgebrochen. Ja, Nitro, das will doch keine Sau hören. Okay, ich muss mich aber gar nicht dieses Rennen nach hinten orientieren. Mit dem da vorne will ich nichts zu tun haben. Ja. Ich glaube nicht, dass Wels auch eine Gefahr sein wird. Naja. Also, wenn ich komme im Rennen zu Pusche, dann sind die keine Gefahr, wenn ich nicht Pusche sind die, glaube ich, schon. Die sind nicht langsam. Bestand dem, was ich auf dem Training selber gesehen habe. Buskel, Kolfenbach, Walter. Bawik vielleicht noch. Die musst du aufpassen. Ja, Walter war schneller als ich im Renten, das weiß ich. Dann halt von hinten irgendwann der Polenz. Polenz. Ja, und Ben dreht er halt. Das ist auch noch ganz so. Auch nicht unverständlich. Cesario ist ja eins der Besten. Ihr steht schon fast und Fallbeeren ist noch nicht mal hinten aus dem Dings raus. Sollte ich die Reife aufhören? Bisschen. Oh, guck mal da. Aber ob das was bringt? Ich glaube, ich mache es sehr doch kaputt den E-Faktor. Ja, die Kerntemperatur ist aber ein bisschen ja. Dann wüsste ich jetzt schon mal für Glück, für Erfolg. Der ist, glaube ich, zu weit vorne, oder? Ich gehe zu weit vorne. Okay. Der Kolfenbach schon wieder. Los. 50 laps. The track temperature is 28. The air temperature is 28. Celsius. Go, go, go. Oh, nein. Uuuh, ich bin. Ach, ja, ich wurde halt nach außen getriegt. Aber dass er mit McAllister zusammengeraten, der ist auch selber weit gekommen. Ja, und deswegen bin ich halt auf den Körper, aber ich gehe kalt, ich glaube, das ist echt geil. Ja, nur dein Funflügel weg, glaube ich. Hey, yo. There we go, oi. Uuuh, was habe ich denn da falsch gemacht? Ich habe das Auto auf dem Körper verloren. Ich habe das Auto auf dem Körper. So, nachtanken. Nee, lass mal. Ich halte auch nicht. Ich darf ganz Angst rum neu nehmen. Oh, schade, ne? Eine 5 Sekunden Zeitstrafe verrufen Mesh in der Kollision mit Cooper McAllister, diese Strafe kann mit einem Stop abgesessen werden Erdrehschaden Ich versteh dich jetzt absolut nicht, er dreht mich auf den Körb, ich verliere es auch so halt Länge kalten Reifen Oh naja Das ist doch ein Glow-Panel-Team, keine 5 Sekunden Strafe Ach, das ist einer Ja aber Da sollen sie ne Durchfahrtschaden geben, dann hat er 5 Sekunden Das heißt, er sagt mir hier, yes, in 5 Runden muss ich die absetzen Ach so A14 Äh, könntest du mal den Max anschrauben, Alex? Ach, wegen was denn? Ja, ich muss diese Strafe in 5 Runden absetzen Das ist nochmal... Das ist der Stop & Go-Panel-Team 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 Sektor 2, we can see, Voitala... A Staktor in Spitzcare Hairpin Wie immer geschrieben, da meine Punkte... Punkt Punkt... K.K. Danke Was heißt das jetzt? Ich hab keine Ahnung So Die Gap ist jetzt 0.4. All right Fabian, hold your nerve, just keep it smooth, no mistakes. On your left, clear left. Come on mate, defend your position. The leader has just done a 1.13.7. B-15, keep it neat and tidy, we still might get something out of this. Oh, sorry, are you sure that there were 5 rounds, not 50 rounds? That was 5 rounds, yes. So really 5 rounds? Yes. Okay, that's enough, that's enough. Yes, that's enough. User left your channel. Die 5 Sekunden Strafe für Rufenmesche, der wird ans Rennergebnis drauf gerechnet. Safety Carpies. Ja, so wie sie teilweise gefahren, könnte das gut aus sein. Okay. Verstehen wir noch nicht so wirklich, warum wir dafür eine Strafe reindurken, aber naja. We've had a cut warning, keep it tidy, please Fabian. Oh, Achtung. Jo, Hanna, du steck Kolvenbach hinter dir. Da musst du ein bisschen ausweisen wegen den zwei. Nein. Sektor 2 ist jetzt green. Es sieht aus, dass Kolvenbach in Spitzcare-Hairpin weg ist. Ich bin wieder übermotiviert. Meinst du die Cola, Kappa? Ja. Boah, lenkt doch ein Auto, bitte. Der Gap in Front ist jetzt 0.7. ... ... Car left Clear left Car right Hold your line Clear right Car left Clear left Come on Fabian, nicely done New fastest lap for craft 113.5 You're pulling away, the gap behind us now 0.8, repeat 14 The gap in front is now 2.0 seconds The gap in front is now 2.0 seconds 1.4 seconds 20 2.0 seconds It was only Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 2.0 Sekunden. Okay, Fabian, you're reeling this guy in. The gap's now. 1.3 Sekunden. Your last lap time was a 1.15.1. Okay. 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 Die Gap in front ist jetzt 1.0 Sekunden. Die Laptime war 1.16.1. Der ist jetzt Freistopp, ne? Hast du eine Lidda mitgenommen? Wie bitte? Lidda hast du mitgenommen? Äh, ich hab 45 nochmal aufgetankt auf das, was ich hatte. Den machst du jetzt auch. Ja, das ist Freistopp, wenn du jetzt mal bist. Pit crew ist bereit. Box in, 5, 4, 3, 2, 1, Box now. Go, go. There's a car behind, take care of rejoin him. Cold tires all around. On your left. Hold your line. Hold your line. Clear left. Okay, Fabian, the next car is Steinhauer. On your left. Still there. Clear left. Car right, clear right. On your right. On your right. Clear right. Left side, clear left. On your right. Heads up, there's a car exit in the pits. The gap to Steinhauer behind is now 1.0. Stay calm, keep it smooth. 14th. Okay, pit stop requested. The leader's put in now. Walter is now leading. Fastest lap for craft. 1.13. 1.4. We expect to exit the pits in position 19, behind Voitala. 1.13. 1.14. 2.15. 2.15. 2.16. 2.16. 2.16. 2.16. 2.17. 4.17. 2.17. 2.17. 2.17. 2.17. Die Temperatur hinten. Hinten 80. Hold your nerve. Make them do the work. It's just a scratch. Ignore it. P-13. P-13. Legendabook on the nosso site. Next Slough House. Untertitelung des ZDF, 2020 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 B12 Untertitelung des ZDF, 2020 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 User left your channel. Oh, hier ist mal mein erster Karte. Oh, direkt notieren. Oh, hier ist mal. Oh, was ist der ohne Safety Car? Irgendwie echt irgendwie für Schiffe auf die See. Ja, witzig langweilster dran. Noch ein Cut-Fack? Okay, da war nicht noch der letzte. Einfach vergessen, einen zu starten. Unendlich einfach. Ja, schön wär's. Ja. Die sind erst bescheuert. Man, die sind auch genutzt. Man, du auch sonst. Man, die sind auch genutzt. Man, die sind auch genutzt. Ja, der Roy hängt vor dir hinter dem Freeway fest. Vielleicht schaust du da ein bisschen noch aufzuholen. Versuche es. Ja, Talos ist jetzt auch in der Box. Rollt jetzt wieder los. Okay, Fabian. There's a car exiting the pits. Heads up. Blue flag. Walter. 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 He's pitting from P4. We think he'll come out a little way behind you. Walter. 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 Der alte Doorsom ist einfach nur langesam. Ich hole mein zweiter Cut-Track Alter, diese Kette möchte ich nicht lenken Ja, okay, jetzt noch eine dritte, okay, ich hätte mal vielleicht ein bisschen Verwarnung, Alexander Kraft, Kondition mit Janis Wollborn Ja, Runde 36, werde ich in die Box gehen Kurt Müller steht drinnen, aber früh Fahrt dann hinter dir, Smart, tschüss On your left, play your left 18th Ja, jetzt Ja, jetzt Die Gap ist 1.2 Oh, er lenkt noch ein, hallo? Alter. Denk ich mir auch die ganze Zeit. Der TR geht gar nicht hier. Hier ist der Wunderland. Der Fake? Rieber Speed? Wer ist das? Ah, Freeway. Die Gap zu Voitala ist jetzt 1.4 Was? Ich bin nicht Box reingefahren und hat abgeschaltet Hä? Hä? So Box reingefahren und hat abgestellt Oh oh, ich glaube da wird bald jemand aus der Liga Ach, war durch sein Cockpit, ne? Ich bin ja nur noch Ich bin ja immer noch auf der Suche nach einem Cockpit Ich bin auf der Suche nach Grip Ach so Wann willst du rein jetzt Zielrunde, Fabian? Na, noch ein, zwei Runden Wenn der einfach für die schnellste Runde reingeht Ich bin ja auch noch die Runde Ich bin ja auch noch auf derности Und jetzt hier ich bin ja auch noch Ich bin ja auch noch Intensiert Untertitelung im Auftrag des ZDT Wir sind jetzt 1.2. Der einzige Dursam-Reifen ist jetzt 4 in den Top 12. 5, 4, 3, 2, 1, Box jetzt. All done, go! There's traffic behind, take care. Blue flag. Musst du es hinter dir Kraft und Wolborn haben, Ruben? Jupp. Freutzahle an den Punkten. Oh, Boitala ist auf der Position 13. Er sollte ein wenig hinter sein sein, wenn er rauskommt. Oh, mein Teil ist jetzt auch in der Box. Die Carahead spitting jetzt. B17 Das Ding ist, dass die zwei Intimil kommen nicht wirklich ran. Ja, die haben glaub ich ältere Reifen als du. Ja. Wobei, was jetzt glaub ich smart wär, die zwei Intimil nicht vorzuschicken. Du hast weg von dem Mann hinterher. Die Gap ist jetzt 2.2. Du hast weg von dem Mann hinterher. Jägen, das ist, dass das editions nicht, das ist, die zwei Intimil nicht vorzuschicken. Du hast nicht versucht, die zwei Intimil nicht nachher. Browser ging aus. Du hast weg von dem Mann. Du hast weg von dem Mann. Du hast weg und da. Dür hast weg. Du hast weg von dem Mann. Du hast weg. Ich habe weg. B16 Wettrachtung, innen Juju Mein Fabian Sektor 2 ist clear B16 Sektor 3 Fastest lap Macallister B13.0 The gap in front is now 4.8 seconds, 15th place Das war 114.9. The gap behind is now 3.4 seconds. Blue flag. Go Geo. Go Geo. Tolltyler stellt in der Box ab. Er stellt jetzt Schaden. Der Motor aus. Der Motor aus. Okay, da muss irgendwas falsch in das Server eingestellt sein. Ich hab jetzt nur mein 5.5 auf der Base. Sector 3 ist 0.8 auf der Base. Ja danach gehst du auch erst dann. Achso. Die Gap in front ist jetzt 6.9. Die Gap in front ist 1.9. 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 Alter, braucht das viel zu viel Sprit dabei, Merkel Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, jetzt haben wir die Dreyfue Ach, das ist so ein verkorkstes Rennen Seit meiner Karriere hatte ich noch nie gute Rennen in Hockenheim Ja, ich auch, bisher nicht Ist auch noch nicht hier in Dessert, ja Zumindest auf der modernen Variante In D2 habe ich selbst geworfen Ich muss mir gleich nochmal diese Startkollision anschauen mit Wattie Aber ich bin dann nicht der Meinung, dass ich dort die größte Schuld habe Ich muss mich gleich noch entspannen Oh, weiß klar, ich habe das Rennen, okay Aber der fährt Naja, der steht Der raus Oh, dann müssen wir raus Das ist auch jetzt oder wieder Irgendwas vorbei, vielleicht technisch Irgendwie, 5.1 oder so Der Demi, irgendwas mit Irgendwas technisches Wir müssen ja nur bis zu der mit 49 fahren Ja, mein Linkradwapy geht gut Aber man sieht einfach hier so krank, wie viel besser der Yasuda ist Kannst du hier auf dein Endkarte sitzen, vielleicht gefällt dir das ja Ja, wird schwierig bleiben Was ist das denn hinter mir nach Bawik Was ist das denn, was ist das denn, was ist das letzte, oder nicht? Ja, ja Juuuuh Aber kein Safety Car, das ist einfach Was ist langweiliges dran Aber das war in Imola genauso Da war ich Bei meiner Kollision verwickelt und es kam kein Safety Car Nur ein Full Cross Yellow Das mir am Ende nichts gebracht hat Leider mein Boah Lasst euch mal alle durch Ich hab jeden Fall zu verliegen Leider ein Full Crosses Rennen Wäre sehr viel glücklich gewesen Wäre sehr viel glücklich gewesen Wäre sehr viel glücklich gewesen Oh ja Top 10 wäre locker dran gewesen Bei mir weiß ich es nicht Ich glaube am Ende Top 8, keine Ahnung Aber ich muss mir mal gleich diese Star-Kulise an uns schauen 14th Hier geht es vorbei Bring es zurück Hä? Warum geht das denn? Ich glaube Ritmüll hat noch eine Durchfahrtstrafe bekommen Ja, aber die kann ja nicht mehr absetzen. Dann sagt man nix. Das scheint ja nicht bockst. Warte mal, wer hat gewonnen? Warte mal, wer hat gewonnen? Oh je, da wird das abgenehm WhatsApp. Left side, clear left. Ich geh schon mal das schöne hier hoch. Zu dem. Okay. User left your channel. Ich gehe kurz, way pleased. Ich denke, ich bin. Ist das jetzt nicht so, ich bin. Und nicht so, ich bin. Er wird nur ein bisschen abgas. Ich bin. Et du. Interessiert auf mich. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Box in, 5, 4, 3, 2, 1, Box now. Box in, 5, 4, 3, 1, Box now.